Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten. Wir machen weiterhin der Realistic Population Modification statt. Deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Kleine Info, alle Modifikationen und das Sets findet ihr in der Videobeschreibung in den jeweiligen Kollektionen. Und heute machen wir da weiter, wo wir letztes Mal nicht aufgehört haben. Das war falsch, glaube ich. Nämlich, wir werden hier einen kleinen Hafen bauen und versuchen mal eventuell hier einen Kanal zu bauen. Ich hätte hier ganz gerne diesen Frachthafen und die Fischerei an der Stelle. Müsste hier hinpassen, ist da an der Stelle auch, glaube ich, ganz gut. Und ich habe ein paar Änderungen gemacht. Ich habe zum einen die Schiffe geändert und zwar mit diesem Button hier unten. Warte. Hier. Ich bin hier auf Passagierschiffe gegangen. Ich kann das einmal ganz kurz vorführen, damit wir das haben. Leichtflugzeug, Fähre, Kreuzfahrtschiff. Warte, kann ich auch Schiff eingeben? Frachtschiff, Kreuzfahrtschiff, genau. Und habe die Passagierkapazität von 100 auf 360 erhöht. Der Vorteil ist, es kommen jetzt nicht mehr zwölf Schiffe hier an. Das war wirklich so. Sondern es kommen jetzt weniger Schiffe an, wo mehr drin sind. Was ganz gut ist. Okay, da sind jetzt weniger drin. Ist verwirrt. Warum ist das Schiff denn verwirrt? Hä? Okay, das ist ja mal eine geile Beschreibung. Und dann, genau, die fahren zurück. Da auch. Da sind auch 16 Stück drin. Und normalerweise tummeln die sich hier irgendwo. Da sind sie. Die sieht man ja eigentlich gar nicht. Und da waren immer so viele, dass da so viele Schiffe rausgefahren sind. Dass, ähm, ja, dass das einfach zu voll hier war. Und so geht, glaube ich. So ist gut. Bisschen größere Schiffe. Hier das verwirte Schiff. Mit ein paar Leute drin. Da kommen die jetzt raus. Da fahren ein paar Leute hier mit dem, mit der Monorail. Finde ich voll cool jetzt. Fährt hier durch den Wald. Fährt hier an dem Baum vorbei. Hier kreuzen sich die Strahlen. Dann sind wir jetzt hier in dem Bahnhof. Ja, und dann ist hier die Uni. Manche haben gesagt, ich hätte die Uni lieber so inmitten von Wohngebieten bauen sollen. Aber hier kommen ja noch Wohngebiete drumherum. Und dann passt das ja irgendwo. Klar, hier sind keine Wohngebiete. Da ist Wasser. Aber an sich trotzdem ganz gut. Was habe ich noch geändert? Genau, ich habe den hier gemacht. Das war vorher so ganz gerade und dann um Ecker. Aber ich dachte jetzt, wenn hier der Park ist, mache ich hier so einen schönen Schlenker rum. Und habe hier noch einen zweiten Eingang gebaut. Freizeitpark Nebentor. Wo die halt alle rein und raus rennen. So, und jetzt machen wir hier weiter. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Wenn wir überhaupt weiter kommen. Und kann sein, dass ja immer so, also ich muss halt gucken, wie das passt. Auch mit dem Stream und so. Dass die nächste Folge einen sehr krassen Unterschied hat zu der jetzigen Folge. Aber nicht schlimm. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und euch auch erklären, was wo passiert ist. Und ja, damit ihr da auch dran bleibt. Also so wie jetzt gerade. Ich habe das, das, das und das gebaut. Kann natürlich sein, wenn ich zwei Stunden streame, dass hier ein riesiges Straßennetz drauf ist. Aber das soll uns ja dann nicht stören. Wir werden ja dann trotzdem in der Folge die Sachen befüllen. Und das sollte ja dann einigermaßen hoffentlich aussehen und funktionieren. So. Dann packen wir jetzt hier mal eine Kaimauer hin. Oh, da ist es. Und Heldai, was ist runtergeladen. Warum wurde das denn jetzt hier unten angezeigt? Okay, der hat runtergeladen, während ich weitergespielt habe. Guck mal, schon wieder drei akademische Werke. Jetzt müssen wir einmal zur Uni gehen, sorry. Uni war hier. Uni hat schon Stufe 4. Sehr, sehr cool. Campus Gelände Info. Oh mein Gott. Für Level 5 brauchen wir wirklich mehr Attraktivität. Aber wo soll das denn alles hin? Das sind ja knapp 415 Punkte. Das ist schon viel. Das ist ja fast ein Drittel noch. Ein Viertel. Ich meine, hier ist noch ein bisschen Platz da. Da müssen wir alles vollpappen mit irgendwelchen komischen Gebäuden. Schreibt ganz gerne mal rein. Obwohl, nee, ich glaube nicht. Das ist dann erst in zwei Wochen oder so, wenn ich das lese. Oder besser gesagt nicht lese. Sondern umsetzen kann. Deswegen lasst das einfach sein. Ich gucke selber. Diesmal gucke ich selber. Weil ich muss auch ein bisschen für den Urlaub vorbereiten. Wir sind nämlich ein paar Wochen weg. Nein, ich muss nicht. Ich möchte für den Urlaub vorbereiten. Das finde ich immer, ähm, das Wording finde ich da wichtig. Weil das soll halt klingen wie etwas, was Spaß macht. Und nicht was nach Zwang ist. Oder was nach Zwang sich anhört, glaube ich. Genau. Und das nochmal ganz kurz dazu. Ähm. Wir können jetzt nochmal den hier machen. Ich mir gebe meine eine Boxen. Wir müssen ja am Kabel wackeln. Ein bisschen lauter machen. So, jetzt aber. Ah, jetzt geht's. Okay. Das, äh. Ich glaube, das Kabel am Interface ist ein bisschen defekt. Oder was heißt defekt? Ähm. Ist ein Buckler drin. Also defekt. Genau, Peter. Sehr gut. So, jetzt, äh. Pinseln wir hier nochmal ein bisschen. Oh, das ist immer schwierig, ne? Vor allen Dingen hier ist der hoch. Das ist niedrig. Also das ist sowieso ein bisschen tiefer als da, was nicht schlecht ist. Und da oben ist ja auch noch ein Berg. Den wollte ich eigentlich lassen. Hier vorne ist ein bisschen gerade alles, was ja auch nicht schlimm ist. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier so ein bisschen die Erde runterbekommen. Oder den Sand in dem Fall jetzt. Machen wir gleich noch ein bisschen schöner. So, dann sind wir hier auf der Höhe. Da passt glaube ich. Da müssen wir jetzt echt gleich mal richtig, richtig hart bügeln noch. Weil ich hatte hier extra ein bisschen runtergemacht, die Höhe des Wassers, naja, nicht des Wassers, des Ufers, damit die Häfen auch nicht so in der Luft schweben. Gerade bei den Fischereihäfen sieht das immer ein bisschen blöd aus. Na, könnte funktionieren. Na, das ist schwierig. Ich glaube, wir müssen... Müssen wir das ein bisschen höher setzen? Weil es schwappt da schon über. Sagen wir so, die Höhe... Oh mein Gott, das sieht geil aus. Ja, Wasserphysik in 1 sind ein bisschen cooler als in 2, ne? Ich glaube, bei 2 gibt es die fast gar nicht mehr. Sieht zumindest komisch aus. Sagen wir mal so. So, warte. Noch ein Stück runter. Ich glaube, so haben wir es. Und dann hier nochmal. Ich glaube, jetzt muss ich aber alle einzeln wieder markieren, ne? Oder warte mal. Da ist ja sonst gar nichts auf der Map. Demnach könnte man, glaube ich, so machen. Und dann sagen wir, komm mal her. Hier, Höhe auf Objekthöhe. Alles bitte auf... die Höhe, oder? Ja, hat es ein bisschen höher gekommen. So ist, glaube ich, gut. Und jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Keimau dran machen. Hätte ich eher es machen sollen, ne? Jetzt muss ich hier wieder Objekthöhe machen. Und zack. So. Dann nehmen wir hier nochmal den Movin' Mann. Jetzt haben wir wieder alle markiert. Auf, Objekthöhe. Die Eck hier bitte. Ah, krass, war es schon. Cool. So, und jetzt nochmal bügeln. Und ich mache mal schneller, damit die Wasserphysik hier mal alles gerade machen. So, den Knick da raus. Ah, hier war auch noch ein Knick drin. Cool. Hier ist noch ein Knick drin. Da auch. Ah ja, hier muss ich jetzt einmal durchziehen, ne? Dann machen wir, dass der Berg da hinten weiter hoch geht. Oh, da ist er richtig tief. Kann man ganz gut erkennen, das Wasser, ne? In dem Modus so ungefähr. Warte, gar nicht. So, und dann kann man da runterfahren. Das ist doch schon mal doll. Ein bisschen größer. Ja, ist das ein bisschen viel Terraforming hier, ne? Die Keimau können wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen hochziehen. Ähm, jetzt machen wir nochmal den. So. Und schon, schwuppdiwupp, müsste das fast gut sein. Ah, ne, hier unten noch. Ah ja, hier muss ich auch nochmal durch. Oh nein. Da müssen wir nochmal durchgehen. So. Boah, schwierig hier. Ach genau, guck mal, hier auch noch. Jo. Und jetzt den hier wieder. Oh mein Gott. So, hier hoch, da hoch. Volle Konzentration. Beim Bügel, Peter. Übrigens gibt es bald die Bügel-Shirts nicht mehr. Sondern wahrscheinlich werde ich einfach andere Shirts zeigen, welche ich auch richtig cool finde und selber trage. Okay, meine sind auch richtig cool. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine, oder? Vielleicht auch nicht. Den ziehen wir ein bisschen hoch. Guck mal, jetzt können wir eins machen. Vielleicht. Wenn wir die Network-Dinger nehmen. Oh, es geht. Oh, es geht. Man kann einfach hier klicken und da klicken. Und dann kann man Enter drücken. Und alles ist ein bisschen. Und jetzt muss der Sand hier noch weg. Am Anfang dachte ich, ich könnte ja dann auch in der Ecke die Wasserversorgung reinballern. Das, was ich mal letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt hatte. Dass man so ein großes Wasserkraftwerk hat, wo dann die ganzen, nicht Kraftwerk, sondern Wasseraufbereitungsanlage, wo man dann alles hat und die Pumpen und so. Aber wenn hier Industrie hinkommt, dann ist das natürlich nicht so geil, ne? Ja, das ist gut. Ich weiß, sehr geradlinig. Aber, wie schon mal erwähnt, wenn man einen Hafen plant in Real Life, dann ist das auch alles gerade. Und man macht nicht, ach komm, hier machen wir ein bisschen eckiger hin, damit das natürlich aussieht. Das macht man nicht. Warum ist denn hier, ist das nicht viel anders als da hinten, oder? Ach so, da muss doch Wasser hinschwappen. Okay, dann warten wir. So, ich hätte gerne nochmal die Straße hier. Ach stimmt, einen Kanal wollte ich doch noch haben, oder? Kanal habe ich noch nie gebaut. Ich kann mir vorstellen, dass wir den einfach, dass wir die Kaimauer in die Richtung machen, den Kanal dann hier so straight rein, also einfach so gerade rein machen. Und dann hier nochmal zur Seite, oder? Ich weiß nicht. Fände ich schon interessant, gerade auch für eine Fähre. Weil eine Fährenhaltestelle hätte ich gerne hier an der Ecke. Und dann kann man zumindest von der Haltestelle zu der fahren und zurück. Das wäre schon irgendwie cool. Vielleicht fängt man damit auch einfach an hier. Ja, zumindest mit einer Fähre. Oh Mann, das ist alles so teuer. Motorrail. Wo ist denn eine Fähre? Hier bei Schiffen? Genau. Lufttransportschiff. Fährendepot. Ja, genau. Guck, den kann man jetzt hier so eine Ecke bauen. Zack. Dann einen... Eine Fährehaltestelle. Hier, das klang doof. Okay. Müssen wir natürlich wieder runtersetzen. Also ich glaube nicht, dass damit viele fahren, aber so haben wir zumindest eine Fähre hier drin und los geht's. Ja. Jetzt halten wir nochmal Alt gedrückt bei Move It. Und dann können wir die Straße auswählen. Tschüss. Und da machen wir jetzt eine etwas breitere Straße hin. So. Einfach vierspurig und go. Guck mal, da kann man ein bisschen durchziehen. Geht sogar ein bisschen hoch. Ich mache... Also ich überlege mir das nochmal mit der... Mit dem Kanal, ob wir das wirklich machen. Und wenn, dann werden wir die Stelle hier aufbrechen und dass das dann da durchgeht. Ich wollte das jetzt nur einmal verbinden hier, damit man da auch noch hinfahren kann so runter. Und dann sind wir hier an dem Gedöns hier. Und so finde ich es okay. Das ist nicht zu hoch. Deswegen habe ich hier alles runtergezogen, damit der Abstand einigermaßen passt und nicht... Keine Ahnung. Der Steg irgendwo hier oben ist und das Wasser da unten. Das ist nämlich auch ganz, ganz oft. So, jetzt brauchen wir noch folgendes. Eine... Ein Fährweg. Oh, Schiffsrouten kann man ja auch noch bauen, ne? Geil. So. Können wir das so machen? Ne, so. Warte. Auch nicht. Achso, was ist das denn? Ort bereits belegt. Man muss echt so gerade weg. Aber ist, glaube ich, egal, weil wir können ja von dort aus einmal so rummachen. Warte. Einfach so. Dann gerade durch. Aber ist schon cool, oder? Wenn man dann hier mit der Fähre so am Touristengebiet vorbeifährt. Wir fahren letztens... Oder wir waren eigentlich letztens schon ein paar Tage wieder her hier in Hamburg. Da haben wir so eine Hafenrundfahrt gemacht. Aber... Der Weg dahin ist schon sehr... Also du wirst ja die ganze Zeit belabert. Ich glaube, du musst einfach sagen, ja, habe ich schon gebucht hier vorne. Oder habe ich schon. Oder irgendwas so. Aber die labern ich trotzdem die ganze Zeit an. Nein. Oh ja, guck mal, so geht. Nein. Das war doch gut. Kann nicht klicken. Warum nicht? Okay, bin gespannt, ob das funktioniert. Und jetzt machen wir eine schöne Fährlinie. Und das ist total kurz, oder? Und total dumm eigentlich. Aber zumindest haben wir dann eine Fähre, die sich hier bewegt. Nochmal zum Flughafen fahren. Ist auch blöd. Und jetzt gehen wir mal kurz in die Linienübersicht rein. Jetzt, jetzt. Bitte nicht so viele. Sechs. Wir nehmen mal zwei. Was sind 50 rein? Wow. Ah, hier 70. Und weg sind sie wieder. Moin. Da haltet doch mal Abstand. Jetzt fahren die alle hinterher, ey. Da gibt es aber einen Trick, fällt mir ein. Passt auf. Wir gehen noch mal in die Haltestelle rein. Sagen. Hallo? Eine. Und sobald die jetzt irgendwo hier ist. Na okay, die hat lange gewartet an der Haltestelle, ne? Und jetzt warten wir mal ganz kurz, bis die ein bisschen weitergefahren ist. Oh, scheiße. Da braucht ja voll lange, ne? Jetzt überlege ich, ob wir dann nicht doch noch eine holen. Von rechts sieht man zwei. Wo es ja nur eine ist. Kurios. Okay, wir warten, bis sie so in der Mitte ist vielleicht. So ungefähr. Und jetzt hole ich die zweite raus. Wobei, ah, jetzt kommt die zweite raus. Okay. Jetzt müsste die ja da hinfahren. Und wenn die dann da einigermaßen gestanden hat, ist die fast da hinten. Und dann tauschen die halt immer. Weiß, die fahren sehr lange. Vielleicht wäre hier noch eine Zwischenhaltestelle cool. Aber wir lassen uns jetzt erstmal so. Wir haben zumindest jetzt endlich Fähren am Start. Mit null Leuten drin. Okay, weiter geht's. Fischereihafen, wir kommen. Haben wir eigentlich alle Fischereisagen schon freigeschaltet? Haben wir? Oh, wie cool ist das denn? Und man kann die alle so bauen direkt, ne? Richtig geil. Oh, warte. Können wir nicht hier dieses PO-Konvertieren noch machen? Dann könnte man dazwischen immer noch ein paar Sachen setzen. Aber, je nachdem wie das passt. Ja, sowas wäre doch geil. Direkt so nebeneinander. Aber ich mach mal ganz kurz so. Wahrscheinlich baue ich das eh nachher noch dreimal um. Hier gibt es Muscheln. Thunfisch. Und was ist das? Ne Aquakultur. Ja, das ist ja für sich eigentlich. Da kommt ja noch ein Hafen prinzipiell hin. Hier machen wir die Aquakultur hin. Und Seetang-Aquakultur. Oh Mann, das ist einfach eine komplette DLC. Ach ne, jetzt muss ich alle nach unten ziehen. Oh, warum? So, alle auf einer Höhe. Und vor allen Dingen direkt eine Straße davor. Und was jetzt noch fehlt, sind die Fischerei-Routen. Die muss man hier nicht, sondern irgendwo hier machen. Da ist sie. Jetzt muss man gucken, wo die hin müssen. Das ist ein Thunfisch-Fischerei-Hafen. Jetzt müssen wir schauen, wo der Thunfisch ist. Thunfisch ist ganz dunkel. Haben wir nicht. Ach komm, aber das kann man noch machen. Weil Thunfisch wohnt, glaube ich, weiter unten. Also machen wir hier... Warte, nicht so krass. Ein bisschen nur. Machen wir hier ein Loch rein. Ist das ein Loch? Ne, das ist ein Berg. Machen wir hier ein Loch rein. Wir sind schon ganz unten. Nein. Doch. Oder sind Thunfische weiter oben? Das ist dann schwierig, ne? Jetzt haben wir hier so einen Berg im Wasser. Aber warte, ich will noch einmal gucken. Oh, ist das bescheuert, ey. Ach ne, Thunfisch ist in Flüssen. Da ist Thunfisch. Also sprich, stille Gewässer. Mehr oder weniger. Und nicht so weit hier. Ja, dann kann ich Thunfisch wieder wegmachen. Auf jeden Fall muss man dann gucken, wo die Dinger sind. Und dann muss man die passende Route da durchfahren. Das ist zum Beispiel hier Thunfisch. Das hier ist zum Beispiel... Fisch. Das ist, glaube ich, egal, wo wir durchfahren. Und das hier ist Lachs. Und dann müssen wir gucken, wo Lachs ist. Lachs ist dieses Orangene. Das ist zum Beispiel hier vorne. Und da muss man gucken, dass die Boote da durchfahren. Oder da ist ganz viel Lachs. Haben wir auch nicht viel hier, ne? Da im Fluss wieder. Geil. Okay, ich werde aber hier ein bisschen was machen. Ah ja, das passiert, wenn man so einen riesigen Berg im Wasser baut. Dann verdrängt man halt relativ viel Wasser. Da muss ich jetzt mal kurz warten. Oh. So, ich baue jetzt hier noch einen Hafen zusammen mit diesen Pro-Dural-Objects. Oh mein Gott, was für ein Name. Damit die halt nicht meckern. Und aber trotzdem so aussieht, als wäre hier ein richtig krasser Hafen. Da fahren natürlich dann keine Schiffe dran. Theoretisch könnte man da die anderen Schiffe durchfahren lassen, die da noch sind. Aber ich glaube, so ist ganz gut. Also man verteilt das Ganze hier so ein bisschen. Und dass man dann hier so einen richtig langen Hafen gedönst hat. Hier fahren jetzt auch die ganzen Fischereidinger her. Also die ganzen Fischfangschiffe. Ein bisschen überkreuzt sie sich auch. Weil ich wollte, dass das so ein bisschen wüst ist. Man kann aber auch sehen, wie viel Auslastung die haben. Also 100 Prozent sollten die auf jeden Fall haben. Dass die immer voll sind, die Schiffe. Und dass die dann zurückfahren. Aber das passt hier fast überall. Also wenn die zurückfahren, der ist jetzt bei 100. Dann fährt er halt rein und dann ist gut. So, das nächste, was dann hier noch fehlen würde, wäre dann der Fischmarkt. Und vielleicht noch dann der große Frachthafen, der hierhin kommt. Und dann hätte man hier auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Hafen. Und bei dem normalen Hafen könnte man dahinter noch ein bisschen Industrie machen. Damit das so ein bisschen aussieht wie so ein Industrie-Hafengebiet. Wir gucken jetzt einmal rein, was die Fähre macht. Ja, null. Aber ich muss dazu sagen, hier ist ja auch noch nichts. Also warum soll auch hier jemand hinfahren, wo nichts ist? Vielleicht machen wir hier irgendwie ein besonderes Objekt hin. Vielleicht so ein Schiffsmuseum. Ich glaube, das gibt es auch. Ich suche das mal eben. Leider gab es das Bootshotel. Ich glaube, das hatte ich im Kopf. Aber ich habe jetzt hier noch ein Restaurant-Pier hingebaut und ein paar Angeltouren. Habe die so ein bisschen so hingelegt, dass man hier direkt drauflaufen kann. Ist jetzt natürlich ein bisschen höher, aber ist nicht schlimm. Und hier ist dann die Fähren-Haltestelle. Das heißt, vielleicht locken wir den einen oder anderen hier hin, damit der halt hier dieses Restaurant-Pier besuchen kann. Hier entsteht natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Und dann geht das wahrscheinlich. Und ja, ich habe sehr viel Wasser vordrängt, sehe ich gerade. Mist. Okay. Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss.